Diese Musik ist irgendwie auch so krass in dem Game. Also wir haben jetzt gerade die... Welche Mission haben wir abgeschlossen? Wir haben Mission abgeschlossen. Wer gibt sich zum Unterschlupf, Oracles Zeugnis? Abyss-LeVra haben wir gemacht. Abyss-LeVra haben wir abgeschlossen. Da sind wir nicht reingekommen, da steht ein Ruin. Was ist das hier? Das hier? Neue Missionen haben wir hier. Aufwachs. Das Rätsel? Was darf ein Rätsel? Willkommen, Engel. Hab gehört, du hast eine dritte Hyperzelle gebaut. Mhm. Das hilft uns sehen. Ich wünsche dir viel Glück. Sag ich schon. Und jetzt krieg ich was, ja? Was war das jetzt? Willkommen, Engel. Hab gehört, du hast eine dritte Hyperzelle gebaut. Das hilft uns sehen. Ich wünsche dir viel Glück. Okay. Was war's oder was? Was hat mir das jetzt gebracht? Hallo, Engel. Ich höre, dass viel Gutes passiert. Das haben wir dir zu verdanken. Hoch lebe der Engel! Ja. Ist da eine Mission irgendwo? Also Missions muss ich dem GameTable echt ein bisschen suchen. Was ist hier? Wow, du hast echt drauf. Wie wär's mit einem schwierigen Rätsel? Hä? 37 mal 21 ist 9,28. Ist es so? Jetzt mal 7, oder was? 7 mal 6 ist 54. 540, 500, 5, 4, 6. 5, 4, 6, oder was? Brauchst du nicht vier Zahlen. Und dann? Hä? Ach so, 9, 3, 1. 9, 3, 1, 5, oder? Immer die erste Zahl 9. 9, 3, 1, 5. Nö. Hör auf, ich kotze wirklich gleich. Wieso? Gib mal am Magen 10 Minuten. Okay. Arme Kerl. 9, 3, 5. Das ist eh falsch. 7 mal 7 ist 49. Äh, 7 mal 6 ist 42. 4. 9, 3, 1, 4. Mach ich ja 9. 3, 1, 4. Ordentlich. Was denn dann? Ich hab euer 1, 2, 5, & I 1 T göstergeset. Wie ein Tier. Oh, je, je. Aber ich mein, dass ist ne Dreistellige Zahl, umso ich 4 eingeben. 123 mal 17 stimmt oder 37 mal 21 ist 928, das könnte stimmen 77 mal 44, 4 mal 7 ne das stimmt nicht 7 mal 4 37 mal 21 das ist nicht 928 30 mal 30 ist 900 was tocken wir? äh, äh, Stellar Blade das stimmt nicht, also mal ist es nicht ok, 37 21 ist 928 das neue GTA 1, genau wir kommen mal auf die 92 nee Baller Blade hey, Bontanik, Treskin merci, Blue Heist dankeschön merci, Erkan äh, merci, Blue Heist 37 28 3 plus 2 nee 27 18 32 Primzahl nee, 3, 5, 7, 9 nee 7 nee nee 7 weniger 4 ist 3 das würde hinkommen 1 2 mal 3 ist 6 das würde auch nicht hinkommen 3 mal 3 was ist 3 7, 3 ist der Unterschied 39 Rudi, wie kommen wir da auf die Zahl Abend läuft's, der 3rd, Hallöchen versuch gerade dieses Rätsel zu lösen Sondern wie kommt man auf die Tischstelle gezahlt, ey 28 21 plus 7 ist 28 44 plus 7 nee nicht 93 das ist eh nicht 28 2 mal 3 7 plus 2 ist 9 die ersten Zahlen 4 plus 2 ist 9 nee 3 und 1 4 ah 7 und 2 kommen wir irgendwie auf 9 7 plus 2 ist 9 das wären die letzten Zahlen 4 und 7 kommen wir irgendwie auf die 3 3 und 1 kommen wir irgendwie auf die ne die erste Zahl ist 4 das stimmt nicht wir kommen auf die Zahlen, ey was ist da 37 21 928 jetzt wird 37 mal 21 was ist das das ist doch nicht 928 oder also 37 mal 21 ist oh krass 777 sehr witzig 37 also überhaupt nicht 777 ja genau 77 mal 44 3000 fast 37 weniger 21 9 18 schon auch nicht wie kommt man denn auf die Zahlen die letzte 7 es geht gar nicht ja genau was Seitex Hallöchen 7 71 im Quadrat minus 6 im Quadrat 37 im Quadrat minus 21 im Quadrat ne oder 37 mal 37 ist tausend minus 21 mal 21 ist wow krass Seitex hast du was ist gewusst 77 mal 77 ist minus 44 mal 44 ist wow krass 71 mal 71 ist 5000 noch was minus 36 5005 krass 5 00 5 stimmt wirklich ich habe ja nichts gegen werfen das gehört dazu klar dreimal werbung ist noch nicht hart und house of dragon ist ein neues Stapelbattle ist der reist die Stapel ist noch vorbei Rob Schweiz kann ich nix dafür wir entscheiden es nicht ja da kann ich nix dafür Brüdi Rob Schweiz I'm sorry cool haben wir ein Rätsel weil haben wir was bekommen oder was können wir was einlösen dieses Gerät sollte dringend überholt werden egal es sollte helfen zu verstehen wie es um diese Stadt steht wow du hast aber erstmal neun Rätsel abschließen gold 1000 gold kühnert mir der Arthmetik abzeichen wir öffnen die informationen geheimstechnologen die aus dem finders wenn untersuchbar auf der stillen straße 12 228 228 228 228 228 musst du bisschen was aufleveln hier gibt es einen Unterschlupf wo ist diese Bar gibt es einen Unterschlupf wo ist diese Bar gewerbung ich habe ich habe ja ich wollte dringendach keine Werbung obwohl es Amazon für das gab es ja auf eidos da sind wir nicht wo sind wir jetzt eigentlich hier da gäbe es eine neue mission kommt doch mal herr immer das ist ein wachtturm ich will ihn reparieren ich sollte helfen eine so gefährliche waffe zu reparieren ernsthaft ja machen wir machen was im leben ist so ein aufzulepeln oder ich weiß dass das wir bei der werbung entscheiden kann ja ist so vielleicht besser so habe ich für dich ein angebot dass du nicht ablehnen kannst seitex noch mal fettes merci ist voll geil ich werde 100 jahren nicht drauf gekommen vielleicht überzeugt es dich wenn du im gegenzug diesen körperkern bekommst aber wow ist nicht braun denn das kein ding keine ahnung was ist denn wow ach wow ist ja das ehemalige sky ne ich lebe an spanien da check ich das auch nicht mehr wie das alles heißt wachtturm der fehlerhaft agiert zerstöre ihn und bring mir den internen algorithmus chitsatz damit kann ich den hier reparieren für dich ist das doch keine große sache engel na schön aber ich mache es für die menschen von seiten deine finanzen kümmern mich nicht abgemacht ein gewinn für uns beide ein unwiderstehliches angebot das heißt oder das wort das das geht da ist aber abo seitex hat ein prime reingehauen fährt es merci gleich mal ein abo reingehauen das willst du cool dankeschön seitex der fand das so typ was was will der von uns ich glaube der followt uns und follow reingehauen abo reingehauen das ist ja mega geil dankeschön wo gehen wir jetzt hin also ich hab kein problem mit tipps hier auf dem bei dem game ne info endrocksign das mit dem aufzahlen die aufzahlen auf links ziel starben ich gebe dich zum unterschlupf wir gehen jetzt mal richtung unterschlupf weil ich checke mal der solarturm wo soll der jetzt sein da war ein objekt karte das ist die karte von zion wo ist ein eidos eidos ist wieder woanders hat denn den stream auf youtube geschaut seitex ach cool ja ich hab's gesehen da hast du geschrieben das war ein objekt woran ist das für ein objekt eigentlich das ist nicht schon geholtes objekt die karte ist auch mehr ach mit ihr kann ich mal wieder quatschen was hat sie denn eigentlich ja hallo engel in letzter zeit läuft das geschäft viel besser dank dir wäre meine schwester jetzt hier um zu helfen hätten wir auch deutlich mehr waren ich verstehe es gibt jemanden der für mich auch wie eine schwester ist deine schwester scheint mir eine kluge frau zu sein absolut meine schwester heißt sie ist stark und entschlossen kurz überspringen deshalb glaube ich dass sie noch irgendwo da draußen kann man die nicht gesucht die schwester ja ja quatschi quatschi deine schwester scheint mir ein kluges bahn boah ist die doof die schwester sisters junk nett aber er hält ihn für seinen schutzengel und glaubt sogar er sei eine verkörperung von das vier und nach einiger zeit wurde seine besessenheit immer schlimmer wo sie eigentlich gut betont sie hat mich nach einem ort gefragt an dem man ihn verstecken kann so dass niemand ihn findet okay hallo aus dem wo scheint mir als wäre das etwas persönliches der adam ist auch wieder da ich dachte er ist weg die trümmerfelder da steht ein gebäude mit kuppeldach die leute nennen es villa stark wie krasses laken windfladen aber sonst nichts stimmt eigentlich das hatte beobachtung ah da ist eine kiste eine goldene kiste oder äh den kann ich wohl noch nicht eingeben die kiste die kiste dann gehen wir jetzt zum unterschlupf oder kurten geradeaus dann rechts wir gehen jetzt mal zum unterschlupf man wie halt immer nicht korreliert mit dem was man machen kann ne ebenen technisch killer dünnertier ja es gibt wieder dünnertiere eine begrenzte anzahl aber die erstbesteller haben es möglich gemacht hoffe ich richtig kann ich hier nicht machen noch ein buch datenbank update bringt mir das was das wird sich da vom buch muss die ganzen bücher finden was ist ist gut baby du willst auch nur dich wie die liest mit ihm Bottice wie geht's dir möge möge Mother 4 dich segnen okay ja dass ich dich hier treffe habe ich Mother Sphere zu verdanken ok sie hat meine gebete erhört ja baby da würde ich auch beten Mothersphere den ganzen Weg zur Erde auf dich genommen hast, dann wirst du dir meine Bitte doch bestimmt anhören. Hau raus, sie bitte, Bruder. Was denn? Ich habe einen Bruder, ein guter Kerl. So gläubig wie ich, wenn nicht noch mehr. Der Flach ist auch nur bei der Ordnung. Er ist nicht rechtzeitig aus Aedus 7 rausgeschafft. Dann machen wir mal einen Drink. Aedus 7. Tschüss wieder, Aedus. Nun, es wäre töricht zu glauben, dass er überlebt haben könnte. Aber ich hätte zumindest gern sein Buch der Erzählungen. Das hat ihm sehr viel bedeutet. Für uns ist dieses Buch mehr wert als unser eigenes Leben. Mein Bruder hat in der Bibliothek von Aedus 7 gearbeitet. So wie ich ihn kenne, ist er bis zum Ende dort geblieben und hat das Buch beschützt. Bitte, bring mir das Buch der Erzählungen aus der Bibliothek. Es sollte leicht zu finden sein. Auf dem Einband ist ein goldener Kreis eingraviert. Na gut. Danke. Und sei dir sicher, Mothersphere wird über dich machen. Okay. So geht's? Also, wir machen die Erzählungen. Ich mache ein Projekt. Ich mache es nach der Stadt. Ich mache es nach dem Schein. Ich mache es nach dem Mann. Ich mache es nach dem Hahn. Ich mache es nach dem Mann. Ich mache es nach dem Mann. Eidos, 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 also, Erkan auf der Suche nach Missionen, geht weiter, Brontal auf der Suche nach Missionen, aber jetzt habe ich erstmal hier ein Campari Soda mir gemacht, Cheersinger, ich durfte nicht vergessen, es ist ja halt heiß, so, wieder so eine Nebenmission, ich will ja eigentlich zum Unterschlupf, was da hier weiter gehen ist, oh, das ist die Bar, wo ich da einen Code eingeben muss, ne, und das war auf Eidos, laufe ich da richtig? Geradeaus weiter, wenn er kann man halt, äh, hätte ich ein perfekte für einen Antrag, Kopfschweiz, gerne, live is a party and no Campari means no party, das ist der schöne Fruch, Was war denn hier eigentlich noch? Kiste Was war denn da von der Kiste? Eine wertvolle Kiste Was haben wir denn hier? Hoch und vegan, ein Problem, ein Element, extremes Problem, ein Element. Oh, Longtee, wieder einen, lieber einen Drink gefunden, und wie viel haben wir jetzt schon von? Drink Nummer 12 von 49 Das Team ist jetzt, was ich gesehen habe Nein Geht's da auch runter, was? Geht auch hoch in die Leiter, baby Tut nichts, als wenn es mit der Leiter so kompliziert wäre Cool, haben wir auf jeden Fall zurückgekommen Der Schwung von mir geklaut, als, also ein Zitat, ich glaube mal, bei YouTube V-Total So ein Nippe vom angehaltenen Money, geil Life is a party, no Campari means no party Finde ich aber gut Wo waren wir lang? Schnell Zugriff gerade, wäre auch was? Ah, wir gehen hier links Ach, das ist ja der Unterschlupf What's hot, what's new? Die Beknöpfe, ich weiß schon, die Nippel Tschüssinger Schick's mir mal Discord, gerne Oh ja, gib mir was Neues Gib mir neuen Spine Ah, schon angekommen Oh ja Oh ja Jupp, geht los Also, ich krieg noch ein Exospine Juhu Aufgelevelt So, schnell geht's Danke dir, Lilly Geil Exospine Sockel Erweiterung, das wurde ja mal Zeit Das ist ja geil Also dann, jetzt sind wir Freunde Erzähl dir mal ein Film, das wird Kann ich jederzeit löschen Exospine So, was mach ich hier hin? Erhöht die Angriffe von Warte, was hab ich hier? Exospine, Exospine Schutz Exospine Abfolge, Beta Trans Erhöht die Beta-Energie Aufladung Oh, das sind drei Sterne Exospine hier Voll Erhöht die Angriffe von Kombo Erhöht die kritische Trefferrate Schub Exospine Erhöht die maximale Schubenergie Reflex Erhöht Schildregel schneller, wenn du Verteidigung nutzt Erhöht den Einsatz von Perfektes Ausweichen Fernkraft Angriff Nee Fernkraft Gegners Sichtfeld Alle Erhöhten sich Schaden Wenn sich Für eine Weile Um, wenn du Einen Trank einsetzt Eigentlich ist der beste Der hier Erhöht den kritischen Treffer Von Kombo Angriffen Auf du Machen wir erstmal Den rein Reflex Exospine Den müsste ich halt Aufleveln Verteidigung Ausweichen Oder den da Wie kann ich den dann Aufleveln Erkan Hystergieantrag Schau ich mal Der hat zwei Missionen Bist du schon so weit Und willst los Hallo Wo geht's hin So nur kann ich ja wieder zurück Wir werden der Kolonie So nah sein Das muss ich erstmal Verarbeiten Jetzt habe ich ja Ein super Exospine Er ist so ein klug Ja du schaust Ja du schaust der Besuch Man nur zu Wurde Wir sehen was sie sieht Also macht die Distanz kaum einen Unterschied Er ist so ein nerviger Charakter Dafür Zum Kleiner Reminder Es geht in den Weltraum Die Reise nimmt etwas Zeit in Anspruch Du solltest daher sicher sein Dass du alles in Sion erledigt hast Bevor wir aufbrechen Wenn du jetzt im Orbit Erkannst du Kein Aufnehmen Ist immer fortführen Komm mach mal Ich habe nicht alles erledigt War vielleicht ein Fehler Aber egal Bin ich zu früh In der Mission eingestiegen Ich habe nicht alle Mission erledigt Vielleicht zu heftig Keine Ahnung War jetzt glaube ich ein Fehler Zu early Was machen wir jetzt hier Krass Das sieht schön aus Der Antrag steht Dreizeit weiter oben Aber ich bin erstmal raus Muss noch ein Kitz ins Bett bringen Gut Nacht Bob Schweiz Arby Schweiz Sion Ja lass mich schön alleine Hallo Hallo Ich bin Ich bin So Salutes hier im Chat Palme Chico auch am Start Alle am Start Hallo 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 Ein ungedreffes Fragezeichen Hör vor dem Setzen Ja krass Stimmt Wie geht es dir auf dem Wally Was ist heute Dienstag? Da machst du Tennis. Nein. Hast du Tennis gespielt? Können wir, der muss ich jetzt wegbringen. Wenn du wiederkommst, ist wahrscheinlich der Stefan am Start. Oh, jetzt gibt es das. Okay. Die ist super. Lieber mit ihr. Viel lieber. Den Adam nervt. No me siente feliz. Es autunno in München. Munich. Oh. Autunno. Autunno. Echt? Ist es schon? Ah. Lo siento, chica. Es autunno in Munich. Echt? Wirklich? Wie viel grad hat sie in Munich? Que... Temperatur hast du? Hoy no jugado al Tennis. Por qué no? Por qué llueve mucho? Por qué más frío? Demasiado frío? Adam, verlas dich auf uns. Geh. Dann hast du Urlaub. Musst du Urlaub machen. Surfen, Boliv. Mach Urlaub. Schön. Hier gewinnt. Aquí tenemos 31... ...de 7 grados. Wow, 17 grados. Grad 2, grados. 17 grados. Das ist ja gar nichts. Aquí tenemos... ...30. Ahora, creo... ...28. Vamos a ver. Ahora, 27. 27. Anoche, 19. Manana, 31. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Das ist ja so schwer. Ui, 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 ui. Warst du ja hoffentlich in der Sonne. Ja, das ist dann aber Kacke. Man kommt aus dem Urlaub zurück und dann plötzlich ist es kalt und die Realität kickt rein. Stell ich mir stressig vor. Hast du schon Urlaub gehabt? Tschüssinger. Kaimekoi lese ich jetzt erst. Kaimekoi ist da. Hallöchen, Kaimekoi. Hab ich dich überlesen? Hola, Kaimekoi. Hey, how are you? Du warst auf Ibiza. Ah, krass. Deswegen warst du so wenig im Stream. Ibiza. Da war es auch heiß, oder? Ist ja auch hier um die Ecke. Ibiza. Ibiza. Machst du Party machen? Ibiza. Zwei Wochen gutes Wetter. Hitze Strand. Warst du heiß? Das bin von Schönerwohnen kein Thema. Boah, geil. Das ist ein schöner Planet. Neu-Massion im Auge des Sturms. Schöne Kuhle. Ganz gechillt. Wie geht's dir Kaimekoi? Äh, Mission. Im Auge. Der Alpha-Native befindet sich im Zentralkern. Finde er die Möglichkeit, hoch zum Zentralkern zu gelangen. Wie geht's denn? Oh, krass. Jetzt kann ich nur da lang gehen. Da ist jetzt der Zentralkern. Da muss ich hoch, oder? Da ist der Alpha-Native. Der Stream könnte auch ein Scale-Manker sein, weil ich nicht. Gerne. Läuft er als am Montag wieder at work. Ja, klar. Könnt ihr gerne ändern, liebe Mods. Wenn ihr wollt, lasst euch was Schönes einfallen. Ich bin ja nicht mehr so lang. Halbe Stunde noch. Er kann. Orca-Space-Komplex. Raum-Klicks-Orca. Ach, manchmal haben diese Küsten doch Sachen. Was haben wir da? Komm, die ersten Gegner ist gleich. Jetzt ist es gerade noch so angenehm. Es wird gleich unangenehm. Das sehe ich schon hier hoch. Lass ich mich da fallen, oder? Und hier? Das ist der erste Böse. Die Küste da hoch. Wie läuft es in der heißen Stella? Ja, ich habe mir doch einen Gegner geschafft, der echt stressig war. Der heißen Stella. Und da kann man auch runtergehen, ne? Ich habe schwierige Zeiten gehabt mit ihr. Du hast ja gar nicht im Urlaub nicht den Stream so viel geschaut, wahrscheinlich. Dann war es heftig. Aber geht's. Was muttert Mut, wa? Habe ich jetzt eigentlich wieder mein Schwert? Der schädigt Ruide. Wunderbar, noch machbar. Hast du dich geärgert? Ja, schon ein paar Mal. Also, leider ein paar Mal sehr. Geht's darüber auf die Straße? Du bist aus einem Zukunftsplaneten, da stehen aber wieder Autos rum. Wie boring, oder? Der Typ, oder? Wie er an mir rumhängt. Oh, ist der Klugscheiß. Ist das da unten? Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Eigentlich suchen wir, äh, die Naitibas. Die Naitibas waren mal die Menschen. Und ich bin nämlich gar kein Mensch. Das ist ja das Beschissene. Nimm mal den Klugschweißer. Hä? Naja. Geht's da rüber, hier? The way of... Street of no returner? Wie war das mit dem Anschleichen? War auch so ein Witz, oder? Alle auf einmal gekillt. Okay. Entgegen der Fließrichtung? Ist das die Fließrichtung? Ah, tauchen. Friert halt null, ne, die Lady? Mensch. Kann ich mal den untersuchen, bitte? Was mit breathing? Breathing, breathing? Schleicherangriff. Läuft. Ich bin ja gewohnt, dass ich mich ducken kann. Oh, da ist ein Damm im Weg. Kein Problem. Scannen wir erst mal. Scannen wir. Das ist gut. Wenn sie mir Tipps gibt, mag ich. Wollen wir. Da war irgendwo ein Mensch. Hammer. Da ist eine Kiste. Gibt's eine Leiter hoch? Oh, da liegt ein Mensch. Den holen wir uns. Untersuchen. Nur Text. Jetzt war hier was zum Hochklettern, oder? Kann ich da hochklettern? Ich kann die Leitern hochklettern. Das ist ja witzig. Auf einmal kann ich ganz viel machen. Da liegt auch ein Mensch. Ach, der ist ja auf der anderen Seite. Ah, das ist ein Geheimversteiger, oder? Oh. Oh, der Mensch hat da bestimmt was Tolles, oder? Aber nur Text. Oh. Müssen wir uns merken. Das ist ein Code. Die Legende von Lego No. 4. Cool. So, wo gehen wir hoch? Da ist wahrscheinlich nur eine Kiste, oder? Ach, kann man ja alles machen. Da ist irgendwas Gelbes. Ah, das muss ich irgendwie öffnen. Das kann ich irgendwie nicht öffnen. Das Ding muss einfach geöffnet werden. Okay, dann muss ich da runter. Stehe. Macht logisch. Ist bis jetzt noch logisch. Da kann man nicht hoch. Also geht's hier hoch. Immer hoff, immer hoff, immer hoff. Was ist das hier? Da ist gar nichts. Spannung, Spannung, Spannung. Spielspaß, Spannung, Freude. Back at work. Oh, da ist ein Lager. Das ist ja gut. Nice. Ausruhen. Cheers, Singer. Geil. Toller, toller. Ruhigen, Mann. Spielspaß, Spannung und Schokolade. Heute habe ich gut Mittag gegessen. Carlos hat mich eingeladen. Viel zu viel gegessen. Katastrophe. Bleib bei unserer letzten Aufgabe. Lass es nicht ablenken. Nein, Tivers werden wiederbelegt. Schade. Lauf, Baby. Geschafft. Mach das Schleusentor zu. Jetzt kann ich mich da entlanghangen. In einem gelben wahrscheinlich. Da sind ja wieder ein IT-Bass im Wasser. Was habe ich hier? Ein Anno-Element. Musik. Fähigkeiten einstellen. Habe ich denn neue Fähigkeitenpunkte bekommen? Vier. Überleben könnte ich mir machen. Was ist das hier? Nur eins, wenn der K-Konter erfolgreich war. Greift Pnell, anstößt den Gegner zu Boden. Ist das eine Kompon-Fähigkeit? Kreuz den Dings. Ist eigentlich ganz cool. Erleichtern eins, auf den Blinzen. Zurückschlagen. Läden mehr Schupper bei Folge im perfekten Ausweichen auf. Nur nach perfekten Ausweichen eines Gegners und anderes er ist Kondok betäubt den Gegner und hört vorübergehend als Angriffe. Nach perfekten Ausweichen halte Dings. Erhöhen. Hammer gemacht. Huhu, King Gold, wir gelegt's. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? So hart auf, ja. Slidey, slidey. Wie sie runterläuft. Lässig. Schau da rüber. So mag ich das. Schleich, schleich. Killt. Dahin ist noch ein großer. Ist hier noch. Was ist, wenn ich hier hochkletter? Ist auch eine Kiste versteckt. Die Gewerkschaft der Gelbpinser wollte bei manchen bei dem Spiel in den Steig treten, ne? Was ist da? Was ist denn hier? Mega die Kiste, oder? Das hängt all bei Aus, was? Ändert das Aussehen der Drohne. Na, super. Das brauche ich ja unbedingt. Das ist so eine Kack-Belohnung. Jetzt schleich wir uns den an. Leider kann ich ducken. Er ist noch da. Der Gegner von hinten. War das jetzt schon wieder der Stream, oder was? War das schon wieder der Stream für heute? Nicht viele Zuschauer, aber viele tolle Zuschauer. Die wenigen Zuschauer waren top. Kann ich mich anschleichen von hinten? Achtung. Dreieck. Achtung. Achtung. Langsam. Kaputti. Geh' ich hoch? Ist da noch was zu holen? Nö. Ich kann jetzt die noch killen? Ist der rückwärts, oder ist der vorwärts? Den man rückwärts in großen kann. Zum Üben. Was geht denn das eigentlich mal? Wohin, da hab ich ein bisschen Loot bekommen. Auch wieder Muni. Und leuchtet eigentlich die ganze Zeit mein Handy. Ist irgendwie auf Stand-by. Schließt das mal an. Das leuchtet die ganze Zeit. Wie blöd. Brauch' ich gar nicht. Das geht nicht mehr aus. Schlenkt mich voll ab, dass das immer leuchtet. So. Weiter geht's. Okay, 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 okay. Wer hat denn jetzt schon alles in Döner-Tier bekommen? Hab ich schon mal gefragt. Würde mich echt interessieren. Weil das sind ja die ersten 100 Döner-Tier sozusagen. In Alemannia. Seit 20 Jahren. Mal zwei bedienen. Ah, Tipp, Eingabe. I-O-R. Wie? Oh? Ja. N-K. Oh, so ungefähr. Keine Ahnung, ich mag nicht kritisch. Tipp. Noch nicht, aber Stefan hat auch gesagt, dass ich im Urlaub war. Ah, ich freu mich schon. Ah. Lornka. Ach, das ist Alfa, aber dann. Was ist es? Jetzt aber. Freu mich schon. Ja, krass. Hast du ehrlich ein Döner-Tier in der Hand? Bist du ein haptischer Mensch, hast du gern Sachen in der Hand? Zack. Ui. Nonder. Zack. Wo sind wir denn da gelangt? Ah, da ist der Mensch. Der hat eine Belohnung. Der hat eine gute Belohnung jetzt, oder? Ach, aber der Text. Wie kriegst du es da runter? Die Kiste. Okay, klatschiger. Willkommen. Nano, 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 nano. Tausend Sachen übersehen, oder? Ja, kann übersehen, oder? Ich habe auch schon das Original. Boah, krass, wo hast du das denn her? Das haben wenige. Dürfen die Färben am Start, hier. Na, Impulsgranate, Polymerantena. Das habe ich ewig nicht gecheckt, wie man hier eigentlich... Hier runter, oder was? Das ist kein Problem, oder? Natürlich nicht. Nie. Never. Ach, darüber, oder? Toller Tipp. War da nicht eine Kiste? Da ist ein Mensch. Untersuchen. Der hat auch wieder eine Story. Nur eine Story. Für was bin ich jetzt zu dem rüber? Oh, knappe Kiste, ey. Schau mal, der König des Doppelsprungs am Streamen. Ja. Kiste, Kiste, Kiste. Teuer erstanden auf Ebay, oder was? Oh, krass. Da hast du jetzt ein Schnäppchen gemacht. Oder? Geht's hier weiter? Strom. Oh, krass. Was ist da jetzt passiert? Kiste. Wenn sie dagegen tritt, ist lässig. Verfekt, er erhöht die Angst, wenn du, wenn du, was, wenn du, Omnibolzen, der ist ja voll wichtig. Doppelsprung. Nix mehr. Oh, knappe Kiste. Das nenn ich mal ein Hochleistungskörper. Ja. Klar, Brudi, das bin ich. Das ist der Erkan. Hochleistungskörper am Start. Oh, da ist ja schon wieder ein Dings in Lager. Das ist ja nice. Was kann ich hier? Da kann ich Schnellreise hin machen. Das ist ja geil. Omnibolzen. Geil. Motivation auf der Stufe 3. Was schafft du? Motivationssockel werden aber von 3 auf 4. Yes. Dann kann ich doch hier. Fähigkeiteninstellung. Da habe ich Punkte bekommen, ne. Na, verlassen. Kann man immer noch deutsch spielen an dem Automaten? Ja, am manchen. Am manchen. Ich habe jetzt eine Serie eingefangen zu haben, Wolli. Die hast du mir, glaube ich, empfohlen, oder? Äh, Yellowstone. Habe ich schon zwei Folgen geschaut. Die erste war voll lang. Fand ich gut. Wie viele Staffeln hat es? Ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt raue ich eine Zigarette. Ich kann das verstehen. Bist du mir eine Frage von einem Freund? Blue Eyes. Oye! Weitere Informationen können wir es nicht wissen. Haben wir schon wieder 21 Uhr. Lilly, wir sollten uns erst mal auf das hier fokussieren. Ja, da hast du vollkommen recht. Ab jetzt. Ja, finde ich ganz cool, die Serie. Hat was. Also, ich hätte gedacht, Kevin Costner ist ja eine Kevin Costner. Oh, das ist lecker, was die sich da kocht. Sie sich zum ersten Mal. Da ist ja ein bisschen mehr Stress, der Kevin Costner. Schnell, wo könnte ich jetzt da hinreißen? Würde mich mal interessieren. Wo würde ich denn jetzt hin? Schaust du englisch? Ja. Aber ich verstehe auch nur 90%. Ich hätte gedacht, der ist ein bisschen stressiger. Aber stimmt, der ist cool. Der hat ja nuschelt mehr. Ich glaube, der hat früher mehr genuschelt. Kannst du irgendwie öffnen? Das war eine Frage. Schade, dass ich nicht ducken und anschleißen kann. Von hinten gekillt. Kiste. Oh, da ist noch einer. Jetzt bin ich aber nicht in meinem Kampf, oder? Jetzt kann ich die Giste machen. Öffnen. Gibt ihr ab und zu ein kleines Nimmerchen? Ey, diese eine Frau, die Tochter. Die blonde, rothaarige Tochter. Die ist eine coole Charakter. Die ist eine coole Frau, ein cooler Charakter. Oder? Also, die meinten. Fliegt hier. Die Leiterun. Was ist das, oder? Nein. Der Rest hat den... Oh, wie der sich auf mir festhält, die Sau. Die ist gnadenlos. Die ist krass. Cooler Charakter. Oh, schon mal ein Kistchen. Und wie war das nochmal? Läuft, oder? Entsperrt. Ohne Fehler. Guter Mann. Was gibt's hier alles zu tun? Da kann man irgendwie hochklettern? Da komm ich doch gerade her, ne? Was ist hier drüben, hier? Das sagt mir nix hier drüben, hier. Da kommen wir her, oder was? Na, andere Seite. Okay, da komm ich her. Okay. Da sind wir gerade runter, oder? Was ist das hier? Wukong! Nach Wukong zu der Lüche! Nee, ich glaub, das ist nicht mein Game. Ich glaub, das ist ein tolles Spiel, aber nicht mein Game, oder? Ich warte jetzt eine Woche, kommt Star Wars raus. Von der Kohle her, weißt du? Das ist mir alles zu viel Kohle. Petschpitz, du musst an den PC. Ach, da war ich also quasi richtig. Deckt er mich jetzt? Ah, die Sau. Da gibt's quasi nur Loot, da hinten was. Ich hab's gerade gekauft, aber... Für PC, aber Code kommt erst nur kack. Morgah, einmal Morgah. Das glaub ich, dass dir das taugt. Also da, wo ich gerade war... Petschi, schmätzi. Da, wo ich gerade war, da muss ich hin, meinst du? Das Blaue funktioniert, aber jetzt ist ein Blau, äh, 1 in Blau. Oh, er ist ja krass. Er ist einfach ein Loot. Wann bin ich da hin? Da muss ich gar nicht hin, da gibt's gar nichts. Doch, was ist das hier? Aber zusätzlich, ich glaub, das wär kein Spiel für mich, oder? Ich da hin, weil es ein Sack ist. Ah, was ist das hier? Wir dienen. Ah, jetzt geht der PC. Jetzt kann ich erst an den PC. Mach ich doch, ey. Wo ist denn hier noch ein Anschluss? Das sieht auch da hin nach Stromanschluss aus, oder? Da sieht auch, das ist auch so ein Ding, oder? Wie komm ich da hin? Von oben reinjumpen. Halt, so ist der Adventure, schaut gut aus. Ja, schaut, da soll alles Unreal-5-Engine sein, oder? Vielleicht, da geht's nur noch. Ah, fuck. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg und leben. Ich glaube das nur als kleines Teilhundrum, aber ich bin jetzt noch am Start hier. Haben wir auch gekillt, da? Vielleicht wirkt er mal 94, dann wirkt er mal. Die ist auf Stand-by, oder? Ola, Ola, Ola! Ola, Brody, 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 im Kampf! Wie läuft's bei dir? Oh, wie der auch nicht einschießt, die Sau. Der hat sich voll auf mich eingeschossen. Wow, wow, wow. Wenn er mal ballert, ballert da, ey. Hab's gleich, Brody, hab's gleich. Wie geht's dir? Gut, stabil. Bisschen müde, ja. War heute den ganzen Tag unterwegs, war in Augsburg und in Hüften. Da kommt ein, warte, 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 warte. Den Kampf hätte ich hab, weil ich hör' dich kaum, du warst unterwegs, aber warum weiß ich nicht. Ich auch nicht. Krass. Boah. Shit. Ja, da kann er, wenn er in der Ecke steht, kann ich ja gar nicht hinter ihn gehen. Stehe ich aber auf. Jetzt stehe. Das geht ab, zu sei. Jetzt ist er Kopf ab, du. Bam. Das liegt aber fast am Boden. Da ist noch ein Rest. Jetzt Kopf vorum. Da liegt noch ein Kopf unterm Boden. Man denkt erst durch, aber dann ist der Kopf noch da. Scheiß Flieger, mein Ding. Das ist eine Kakerlake im nächsten Flieger. Das Ding da bedienen. Vier. Zwei hab' ich. Okay, Future from above. Krasser Fight. Naja. Und ich hab' immer gehört, wenn du geblockt hast, das hat man nämlich aus deinem, aus deinem Dings raus gehört, aus deinem Controller. Ach ja, krass. Hier. Das auch noch. Weil ich habe keinen Gamesound im Discord. Ah, krass. Echt? Das hat man aus dem Controller raus gehört. Das ist ja auch Gefahr. Da war der so klang. Oh, da ist ein Roboter. Geil, Mann. Warte. Wie es da rauskommt. Explodiert jetzt und dann hat er. Ich hab' immer ganz gut einen Extralot. Trinksystem Erweiterungsmodul. Ja, Wahnsinn. Das brauch' ich über längeres Leben. Da brauch' ich noch drei Stück. Den da noch. Oh, komm. Wow, der haut mich rein. Der haut echt rein, hey. Der haut rein wie ein Doppel der Champagner. Wieso funktioniert das immer auf die andere Seite? Habe ich das abgelegt? Das ist die geile Fähigkeit oder was? Zwei Typen am Start. Jetzt aber. Oh, mein Leben hab' ich. Wir wollen mein Leben holen. Zack. Anfokussieren. Schön, wenn ich mal hinten machen könnte. Ja. Den blauen Move? Nur mal kann ich den blauen Move kann ich dann drehen, dass ich von den… Oh, jetzt hat er nicht er. Ah, ich hab' ihn. Hahaha. Du krass' der Kille. Schieß's auf, pass auf, schieß ich auf dich. I saw you. Woah, Leben, Leben. Die Ballatypen sind hart, ey. Barberkopf. Ich kann auch schießen. Leben! Das Leben kostet die Sau. Den Baller ich jetzt weg, die Sau. War krass, ein Ballerkopf. Hat noch nicht so viele Betonen. Die Sau, ey. Der schießt mir voll in den Schritt. Zweifel betonen habe ich noch. Sau, Staffel. Rape-Baton, nein. Echt, erken will immer 3er. Sauerei, warte, jetzt gehe ich da rüber. Jetzt mache ich noch das Ding. Vielleicht 3 von 4. Bedienen. Ich bin voll bedient. Das Ding ist jetzt voll bedient. Du willst doch mal 3er. Lecker, keine Lacken. Nee, war eine Fliege. Der ist wohl die Kälte zu Kopf gestiegen. So viel Wolli sagte, München ist so kalt. Stimmt das? Oh, die Kiste. Vielleicht habe ich da. Mal gucken, wenn da oben jetzt noch so ein Ding ist. Das letzte, das vierte. Ja, da. Oh, dann die noch. Kann ich anschleichen? Nein, schade. Oh, jetzt habe ich aber kein Leben mehr. Das Leben muss man auch. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Die Sau. Muss ich alles in vorne machen, oder? Oh, der ist auch der Kerl. Der hat Schmackes. Komm. Jetzt war ich mal von ihm. Hat auch wieder von ihm. Der kriegt ja keinen Schaden. Jeder von hinten. Der bringt mir nicht der, der, der in der Ecke steht. Kein Leben mehr, kein Leben mehr. Von hinten. Jetzt komme ich hin. Jetzt habe ich noch eins. Ja, boah, gerade noch geladen. Liegt er noch rum als Kopf oder was? Nee. Oh, das war ein knappes Ding. Bedienen. Bin voll bedient, Brudy. Das war auf dem letzten Lebenshalt, auf dem letzten Atemner. Du, krasser Typ. Oder? Gut, abgeschlossen zur HyperTube. Das können wir morgen machen, die HyperTube. Arsch-Hyper-HyperTube. Oder? Das wird er noch leben. Goodie! HyperTube am Arsch. Gerade noch geschafft. Warte, ich kann ja noch das Lager. Das kann ich ja off-stream machen. Gehen noch das Lager. Das ist da oben, oder? Goodie! Ich lüge nicht, sagt die Surfen-Wolli. Das sagt man so nicht. Das sagen alle, die lügen. Das sagen alle Lügner. Jo, 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 jo. So, jetzt höre ich den Stefan auch ordentlich. So, Brudy. Aber ist eigentlich mein Geschenk angekommen? Er ist angekommen. Ist mein Geschenk eigentlich angekommen? Nein, Brudy, welches Geschenk? Wie heißt sie? Ja, okay. Ha, 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 ha. Ja.